Mit einem Linksklick im Vorschaufenster verschieben Sie die Kamera. In der 2D-Ansicht sehen Sie, wie sich der Kamerastandpunkt und der Blickpunkt verschieben. Wenn Sie am Mausrad drehen, zoomen bzw. verschieben Sie Kamera und Blickpunkt nach vorne und hinten. Mit einem Rechtsklick drehen Sie sich um den Standpunkt. Neben der Navigation im Vorschaufenster können Sie auch in der 2D-Ansicht die Kamera, den Blickpunkt oder die Verbindungslinien der beiden verschieben. Weiterhin gibt es im Vorschaufenster noch eine Lupe zum Heranzoomen und eine Hand zum Verschieben. Mit dem Pfeil kehren Sie immer wieder zum Ausgang zurück. Und mit dem Knopf rechts lassen Sie die Kamera immer rechtwinklig auf eine Fläche ausrichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017